14. November 2018 21.41 Uhr Der mitteldeutsche BCH Tremeldaden L. verpflichtet Der mitteldeutsche BC hat sich für den Abstiegskampf in der BBL mit dem Routinier Tremeldaden verstärkt. 15. Der US-Amerikaner kommt von den Giants Antwerpen und unterschrieb beim Tabellenvorletzten einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor war der Kalifornier unter anderem für die Top-Clubs Real Madrid und Olympiacos Pireos aufgelaufen. Wir sind eines der jüngsten Teams der Liga. 15. Ein solch erfahrener Spieler wie Tremel hat uns als Puzzlestick noch gefehlt. Er hat schon viele Schlachten geschlagen und kennt sich bestens mit Drucksituationen aus. 16. Er passt vom Charakter zu uns und kann durch seine Erfahrung und sein Können ein Vorbild für die anderen Spieler sein, freute sich MBC-Coach Alexander Zepinovic. 16. Er hat schon viele Schlachten geschlagen und er hat schon viele Schlachten geschlagen und er hat schon viele Schlachten geschlagen.